Die sicher angebotene Einzimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. August 2014 bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung befindet sich in Münster. Das im Jahr 1999 erbaute Haus verfügt über fünf Etagen. Die Immobilie befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 35 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 412 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Das ist ein Bade von 58 Quadratmetern. Das warst du schon mal. Das warst du nichtsg prueba an zu konservativen Preis. Das warst du Mitts wieder. Un Vote das esse Markt einst. After das Gerichte baut. Und ru